Ich hatte erstmal einen Fehlversuch, weil ich einfach die Milch viel zu schnell reingekippt habe. Diesmal werde ich ihm ein bisschen mehr Mühe geben, hier die Milch nicht so schnell reinzukippen. Und noch ein bisschen mehr Cola rein. Cola ist jetzt drin. Jetzt kommt da noch ein bisschen Milch rein. Vor allen Dingen darf die nicht zu schnell hinfahren, weil es sich sonst vermischen würde. So relativ langsam eingießen. Jetzt vermischt sich die Milch langsam. Es bildet sich ein ganz schön interessantes Gebilde. Es ist jetzt 15.51 Uhr, als ich das jetzt so gestartet habe und es fängt an auszuflocken. Noch steckt da ja viel Kohlensäure auf, deswegen geht das ja alles wieder hoch. Aber jetzt habe ich auch viel weniger Milch rein gepackt. Was die Flüssigkeit nicht so hell ist, aber jetzt ist sie dunkler. Da ist viel mehr Cola als Milch drin. Da werde ich jetzt mal einen Zeitraffer starten lassen und zwar einen Zeitraffer, der 125 mal schneller das dann zeigt, was dann im Anschluss passiert. Das ist schon mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.